Jetzt muss ich bloß die Strecke zurückfahren. Damit ich den Typen wieder finde. Ich glaube das war irgendwo hier. Ich bin die Treppe hinunter gefahren. Hallo? Was ist jetzt los? Really? Du wolltest mir gerade was verkaufen. Gut, die Frau ist weg. Dann hat nicht. Tank ist ein neustes Spielzeug. Schauen was er diesmal will von uns. Ich habe noch sein Auto, das ein bisschen ramponiert aussieht. Aber ist okay. Ich habe noch etwas Neues. Ich habe noch etwas Neues. Ich habe noch etwas Neues. Mit einem Roller. Durch den Park ist klar. Ich habe das Gefühl. Das ist ein deutscher Fahrrad. Das ist ein deutscher R이식chen. Der ist ein deutscher Rnykau. Aber ich muss es sehen. Für die nicht weitermachen. Es ist kein deutscher Rundscher. Das ist ein deutscher Rundscher. Ein deutscher Rundscher, das ist ein deutscher Rundscher. Ich versuch's, ja! Das Signal ist halt ziemlich schnell. Und der Roller ist langsam wie... ...weiß nicht was. Und jetzt hier hoch. No! Wie ich aussehe. Scharmbolzen. Nice, dann haben wir alle Gefälligkeiten. Tanks Ausflug. Das ist glaube ich ein Job. Wieder mit dem anderen Fahrzeug da. Das mittlerweile ziemlich gut ausgestattet ist. Ich würde gerne dein Auto haben. Ist schneller. Wir sind sicher. Ich wollte den Auto haben. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Schade Alles gut! Nice! Ram Upgrade! Das hat so eine blaue Schriftzug Was steht eigentlich da drauf? Armored Rapid Response Vehicle Also ein ziemliches Polizeifahrzeug Besorg mir den Slums von Northpoint Und ein coolen Kleinold Und ein coolen Kleinold Okay Okay, zwei neue Aufträge Das Auto ist schon nice Auch dieses EMP Ziemlichen geiler Shit Aber viel zu schnell und powerful Aber viel zu schnell und powerful Okay 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 Danke Tschüss! Das sind 60.000 60.000 Gegen wie für das Auto Okay Nice weil wir sollten im Hafen von Aberdeen einen Kuh füren einmal Aberdeen und Geld eintreiben Wollte das Taxi nehmen Aber das geht auch 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 ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă Zum Glück sind die ja immer so nahe an den Abgabestellen und sogar noch mit vollem Wert Aber es ist doch mit einer Central-Aim-Tai-Tai-Hatchback Das ist jetzt alles ziemlich in Central, dafür möchte ich gerne ein Taxi nehmen. Das war unglaublich teuer, aber gut, schneller als wenn ich jetzt dort hinfahre bis zum Gehtnichtmehr. Ihr habt nichts gesehen. Vor den Augen aller Leute einfach nur fragen fühlen. Huahua zu Rolans Assistenten-Faden. Huahua, interessanter Name. Huahua. Jetzt geht es nach unten, ich dachte es geht nach oben. Musik Was hat er wohl mit dir vor? Wah wah, Tommy kom in den Park in KT Exo exo hua hua Wahrscheinlich spricht man das ganz anders aus Vielleicht hua hua I don't know Mal schauen was Tommy ganz dagegen machen möchte Man muss mit Sicherheit zahlen Ansonst, ja Stirbt seine Assistentin Ich liebe die Musik in diesem Spiel So unterschiedlich Aber unterschiedlich tut Wer bist du? Nein, das ist egal Sie sind alle Roland hohe Geld Und wir haben deine Freundin Was? Du schuldigst Ich habe nur einen Text von ihr Ich sagte, dass du hierher kommen soll, oder? Das war ich Ich habe den Telefon wieder Schrauben Das ist das Problem Sie sind alle Roland hohe Geld Sie müssen bezahlen Was? Geht doch 20.000 20.000 Schrauben Sie sind alle Roland hohe Untertitelung des ZDF für funk, 2017